Musik Mein Name ist Jochen Oerding, ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren bei Stihl, habe vorher Maschinenbau an der Universität Karlsruhe studiert und anschließend im Fachbereich Produktentwicklung promoviert. Bei Stihl bin ich Referent für elektrische und akkubetriebene Trennsysteme, das heißt ich bin in der Entwicklung einer neuen Produktsparte bei Stihl tätig. Wir haben Elektro- und Akkugeräte neu in unser Portfolio aufgenommen und hier geht es eben um das Thema Trennen, das heißt Sägesysteme von den Elektromotoren bis hin zu den mechanischen Teilen. Besondere Herausforderung bei meiner Tätigkeit bei Stihl ist, dass ich mich mit sehr vielen unterschiedlichen Fachbereichen abstimmen muss. Es ist so, dass wir mit diesen neuen Produkten in dem Elektro-Feld sehr, sehr Neuland begehen mit Stihl und da ist sehr, sehr viel Abstimmung notwendig. Das ist für mich eine sehr große Herausforderung, weil doch die Sprachwelt eine völlig andere ist, ob man aus dem Bereich Maschinenbau kommt und mit Technikern gewohnt ist zu reden oder ob man in dem Bereich Elektrotechnik arbeitet, wo man dann die elektrische Sprachwelt um sich hat und das ist die größte Herausforderung für mich, dass ich das jeden Tag aufs Neue bewältigen darf. Besonders für mich ist noch, dass ich wirklich in einer neuen, sauberen Technologie bei Stihl mitarbeiten darf und das macht besonders Spaß, diese Herausforderung mit Stihl zusammen anzugehen und da richtig tolle Produkte für unsere Kunden zu schaffen. Vielen Dank.